Transdorf ist ein Dorf am Stadtrand von Bonn. Heute ist es ein Stadtteil von Bonn. Nachdem ich 2009 ein Haus in Transdorf gekauft habe, fand ich einen Grabstein in meinem Garten. Das Haus ist eines der ältesten Häuser im Ort. Der Grabstein weckte mein Interesse. Wer war Barbara Salm, die 1898 geboren wurde und bis 1976 lebte? Meine Nachforschungen begannen. Sie lebte wohl früher hier. Ich lernte einige ältere Transdorfer kennen, die mir tatsächlich einiges über die Salms erzählten. Und sie erzählten noch viel mehr über das alte Transdorf und die Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Auch traf ich Menschen wie mich, die hierher gezogen sind und erzählten, wie Transdorf ihre Heimat wurde. Diese Geschichten faszinierten mich und eröffneten mir einen völlig neuen Blick. Transdorf ist ein Ort mit Geschichte und verbirgt unglaubliche Geschichten. Dramatische, traumatische, aber auch humorvolle. In Transdorf gibt es eine Burg. Heute ahnt keiner mehr, was für eine Geschichte sie hat. Wie kam es dazu, dass ein zehnjähriger Junge fast ein Jahr im Bunker schlief? Eine Landebahn in Transdorf, kann das sein? Warum waren während des Badetages plötzlich Besucher im Badezimmer? Was hat eine Waschmaschine mit Heimat zu tun? wiederum ist das Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020